Lucify, in Zusammenarbeit mit Hello Welcome, präsentiert jedes Monat eine einzigartige Geschichte von einer Frau mit Migrationshintergrund. Heute haben wir mit uns Somi. Hallo miteinander, ich heiße Somi, ich komme aus dem Iran, ich bin seit drei Jahren in der Schweiz und ja, ich wohne in Lutzen. In Lutzen? Ja. Ich habe mich mit einem. Ich bin von einem Schwan. Ich bin von einem Schwan. Ich bin drei Jahre alt, ich bin in Somi. Ich bin von einem Schwan. Ich kann mich mit ihm sagen, dass ich meine Erfahrung habe. Her Mensch, her Ort der Welt, wenn man sich überrascht und wenn man sich überrascht, hat man sich überrascht. Schade, es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer. Es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Aber wenn du es schwierig kannst, dann kannst du es dir.